Hey zusammen und herzlich Willkommen zum Rückrundenauftrag der zweiten Liga und wir beginnen das Zweitligajahr 2023 direkt mit einem Knaller. Denn heute Abend spielen Hannover und Kaiserslautern gegeneinander. Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt und der Gewinner des heutigen Abends kann sogar noch ins Aufstiegsrennen eingreifen. Also vieles spricht dafür, dass es heute eine wirklich spannende Partie wird und deswegen würde ich sagen, gar nicht lange reden, los geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Neben dem Niedersachsenstadion gibt es mit dem Rudolf-Kallweit-Stadion in Hannover ein weiteres wunderschönes Fußballstadion. Hier trägt der SV Arminia Hannover seine Heimspiele aus und die Anlage fast in ihrem jetzigen Zustand noch immer 16.000 Zuschauer. Früher waren es sogar noch mehr gewesen, denn wo sich jetzt hier heute diese Straße befindet, befand sich früher mal eine große Tribüne. Aber in den 60er Jahren, wo diese Straße hier gebaut werden sollte, sollte das Stadion dieser Straße nämlich komplett weichen. Der Verein wehrte sich aber, musste dafür aber den Verlust dieser Tribüne hinnehmen. Aber dafür konnte wenigstens der Rest dieser wunderschönen Anlage erhalten werden. Und ich finde, solche Stadien sind auch heute noch immer einen Besuch wert, denn das ist wirklich Fußballgeschichte. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hier verabschieden wir uns und wechseln jetzt zum Niedersachsenstadion. Und da ist es schon, das Niedersachsenstadion. Noch gute zweieinhalb Stunden bis Anpfiff, die Lichter leuchten schon, die ersten Leute trudeln auch schon ein. Es ist also eigentlich alles für einen guten Fußballabend schon angerichtet. In etwa anderthalb Stunden treffen hier nicht nur zwei große Vereine aufeinander, sondern auch zwei großartige Fanszenen. Alleine aus Lautern werden über 8.000 Zuschauer erwartet. Also es verspricht nicht nur auf den Rasen, sondern noch auf den Rängen, ein heißes Duell zu werden. Lassen Sie sich mal in der Arena. Hier kommt man so gut, hier ist immer so gut. Aber einfach jetzt nur ein Ziel. Fabian, mit der sieben Max, mit der 16 Halber. Mit der 18, Terry. Mit der 21, See. Mit der 3. Keisedermall! 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 Keisedermall!zeniu von Leider! Keisedermall!ениемジemal! Mit der 21, See. Mit der 21, Sehnermall! Ablohn Rensherr Der Spieler ist der Spieler für Nr. 80, GERRIK! 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 Und ich darf jetzt um den Spielstand bitten, Hannover 96! Heils! Erste Hälfte Kaiserslautern? GERRIK! Danke! GERRIK! 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 Musik 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 Hallo! 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 Halbzeitpause in Hannover, ein Spiel mit bis jetzt wenig Chancen, die Chancen die es allerdings gab, auf jeden Fall auf Hannoveraner Seite. Von daher auch ein 1 zu 0 für 96 in der 14. Minute nicht unverdient. Ich bin mal gespannt, ob in der zweiten Halbzeit noch mehr passiert. Man merkt auf jeden Fall, dass sich beide Mannschaften in der Tabelle sehr nahe stehen. Schauen wir mal, was in der zweiten Halbzeit noch passiert. Ich bin gespannt. Ja, 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 das ist jetzt die Spiegelbete. 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 Ja, das ist 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 die Spiegelbete.